Musik 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 Hier geht es einfach mal vor. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. 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 Omi. Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, Omi, Omi. Omi, 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 Omi. Omi, 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 Omi. Omi, 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 Omi. Omi, 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 Omi kommen mag, der kommt hoch und begrüßt den Weihnachtsengel, weil der freut sich ganz doll. Der ist extra wegen euch heute hierher zum Max-Josef-Platz gekommen, um euch zu begrüßen, um uns allen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Und ich freue mich so, dass er so wunderschön da ist und mit uns zusammen hier den Christkindlmarkt eröffnet. Herzlichen Dank, liebe Weihnachtsengel. Meine sehr geehrten Frau. So schön, so eine schöne Engel. Und so schöne Kinder. Ist die toll? Ja? Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite natürlich ein ganz herzliches Grüß Gott und ein Willkommen hier zur Eröffnung unseres Weihnachtsmarktes in Rosenheim in der guten Stube, wie es der Herr Tobias Tomczyk schon gesagt hat. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und wenn Sie das Bild von hier oben sehen würden, könnten Sie sich in etwa vorstellen, wie es mich erfreut und wie meine Seele und mein Herz aufgeht. Weil es ist unser Fest, auf das wir uns vorbereiten. Es ist unser Christkindlmarkt. Und Sie alle, Sie sind das Leben auf diesem Christkindlmarkt. Und Sie sind unsere vertraute Gesellschaft. Und ich bin Ihnen dankbar, dass das, was so in ganz besonderer Art und Weise vom wirtschaftlichen Verband und ich begrüße herzlichst unseren Reinhold Frei, der als Vorsitzender des wirtschaftlichen Verbandes für Rosenheim und den Landkreis den ganzen vorsitzt. Und dass dieses lieber Tobias Tomczyk wieder so wunderbar gelungen ist, ist natürlich auch die Arbeit des Ausschusses. Und wir bedanken uns ganz besonders herzlich dafür. Jedes Jahr entdecken wir etwas Neues. Jedes Jahr lasst Ihr Euch etwas Neues einfallen. Und jedes Jahr wird dieser Markt noch attraktiver. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Zeit, in den Tagen, die vor uns liegen, in der Vorbereitung zu unserem Weihnachtsfest uns hier treffen können und hier Gespräche führen. Und ich bin auch sehr dankbar, Sie haben es vielleicht vorhin gesehen, die Rosenheimer Polizei hat sich es vorgenommen. Lieber Dr. Bugisch, lieber Herr Klaner, dass wir in Gemütlichkeit und in Sicherheit diese Vorweihnachtstage begehen können. Herzlichen Dank. Ihr seid immer um uns herum. Ihr bietet die Sicherheit, die wir ja fast schon als selbstverständlich hernehmen. Und dass es so ist, das ist ein gutes Zeichen und ein gutes Zeichen auch des Miteinanders. Denn wir wollen feiern, wir wollen die nächste Adventszeit so begehen, wie sie in unserer Tradition und in unseren Familien üblich ist. Und deshalb denke ich, können wir uns jetzt getrost hineinfallen lassen in diese voradventliche Zeit. Und vielleicht ist Ihr Blick schon auf den Weihnachtsbaum gefallen, der in diesem Jahr wieder prachtvoll dasteht. Ich möchte mich ganz besonders herzlich bedanken bei der Familie Landesberger, die uns aus Tansau diesen Baum geschickt hat. Ich habe gerade eben mit der Frau Landesdorfer gesprochen und sie hat mir gesagt, 1991 hat sie diesen Baum mit ihrem Mann zusammen gepflanzt. Und heute steht er hier bei uns. Ein ganz herzliches Vergeltsgott, liebe Familie Landesdorfer. Ganz herzlichen Dank. Es ist so wunderschön. Viele Erinnerungen geträngen sicherlich da. Und wir dürfen ihn jetzt die nächsten Tage und Wochen genießen. Dankeschön. Und ich möchte auch ganz herzlich sagen an allen, die sich, an alle, die sich hier zur Verfügung stellen, um die Attraktivität des Marktes noch besonders hervorzuheben. Und ganz, ganz beste Freunde von uns, das sind unsere Freunde aus Lazise, die auch dieses Jahr wieder gekommen sind. Ein herzliches Willkommen hier bei uns in Rosenheim aus unserer Partnerstadt Lazise. Der Chor San Giovanni Battista wird gleich im Anschluss hier wieder uns einstimmen auf die Vorweihnachtszeit. Mille Grazia Torte Peacere de Vedereque. Mille Grazia. Und da vielleicht auch noch Sie aufmerksam machen, am Sonntag um 11.30 Uhr wird der Chor, wie gewohnt auch in den letzten Jahren, in unserer Nikolausstadt Frau Kirche singen, für Sie ein Konzert geben. Alle sind herzlich willkommen, sich dieses Konzert anzuhören. Und damit, glaube ich, sind wir jetzt soweit. Ich wünsche allen Marktbesitzern, allen guten Besitzern hier am Markt gute Gespräche, gute Geschäfte natürlich auch und allen eine wunderbare vorweihnachtliche Zeit im Lichterglanz. Und Sie wissen ja, seit einigen Jahren versuche ich Sie auch zu muntern, mit mir jetzt, bevor wir den Baum zum Leuchten bringen, mit mir jetzt den Andachtsjodler zu singen. Die Rimsdinger sind bereit. Ich hoffe, Sie sind auch bereit. Probieren wir es wieder und fassen wir die Bänke hinein. Wir sind so gut wie perfekt, oder? Jawohl. Versuchen wir es. Grund auch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. Danke. 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 Danke.